herzlich willkommen zurück zu meinem unserem let's play terraria von realogic ja jetzt wieder an der stelle immer wenn ich einloggen nach dem dreh mache ich gern eine pause nach dem einloggen kommen wir hier vorne wieder raus was wollte ich denn noch wegpacken eigentlich nix kleber brauchen wir verfackeln pumpkin weiß ich noch nicht erklärt sich später handwerksding das ist vorher kriege ich leben gibt es denn schon was neues zu basteln wir müssten doch bald mal irgendwas über den stein das stein den stein kriegen oder pumpkin plattform zur reserve mal massenhaft mitnehmen das ist doch meist spare ich mir doch holz dann könnte man pumpkin kann platziert werden okay dreckwand steinwand ist klar holz wand holz kann platziert werden will ich nicht pumpkin ja nee das sieht mir dann doch zu albern aus ein mining helm ja natürlich auch habe ich hier nicht irgendwo meine kohle auch hingepackt genau gold hätten wir ab und wo ist es ich rieche mich drüber auf dass ich keine kohle her damit los kohle fisch nürmchen einfach eingesackt kiks 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 siehst du nur nicht als im Zusammenhang aber vorsicht soll baut könnte man ja auch machen ein bisschen holz holen dann möchte ich gleich mal hier aus weil wir hier auch fairer weise gleich mal entsetzen könnten ja und da kann er doch noch oder ich wollte doch ein paar Räumchen zu widersetzen. Manu, ich komme hier zu gar nix. Ja, ich sehe Umbrella. Da ist es. Ja, dann bist du auch wieder weg. Genau. Zack. Und dann ebenso. Nicht rum. So rum. Und so rum. Und so rum. Fliegendes Fischen. Kann ich dich? Nein, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Rückzug. Panikartig. Nein, war total taktisch. Verstehst du? So. Habe ich es dir gezeigt, wie es geht. Mit dir auch. So, komm. Hol dir noch eine Nase ab. Komm, komm. Siehste? So einfach ist das. Hier ist noch ein Bild. Und was haben wir hier noch? Ein Läumchen, ein Duck. Mal hier ein bisschen auffreuen. Mensch, da sieht's aus. Kannst du nicht mal ein paar Fische vorbeibringen? Nicht die Fliegenden. Nicht die Fliegenden. Kiks. Kiks. Immerhin, in Silber. Nein, das war schon so. Ich komme hier zu gar nichts. Kiks. Und übrigens, da ist er. Na, na, na. Eins. Na. Nicht so schief. So. Komm drüber. Ah. So rum. Wir können stundenlang auf einem Fleck kämpfen. Verdammte Axt. Sagen wir hier auch noch nichts weiter großes. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder auch Holz. Plankenhammer an sich schon durch die Kürbisse. Bleiben die jetzt eigentlich die Kürbisse? Wie lange ist hier Halloween? Aber wenn sie weg gehen? Dann brauchen wir auch wieder Holz ersetzen, ne? Und gleich brauchen wir nochmal mit sichern und mitnehmen. Alles meins, meins, meins. Und dann gehen wir unten mal wieder ein bisschen mehr in die Tiefe. So. Das. 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 Dann drücken wir dir gleich mal die Fischis in die Hand. Ich weiß, ich könnte daraus später auch was kochen. Und das. Und das. Und das. Und das. 50 Kupfer einer. Fein. 2 Silber 50 Kupfer. 50 Kupfer. Hm. Naja. Hat sich ja gelohnt. Aber die Menge macht's, ne? Ja. Ja. Ach. Nein. Wieder zurück. Aber. Grafisch geil gemacht. Pfui. Dann lieber doch untertragen. Ah. Da. 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 herstellen. Es ist wieder nichts geworden ey. Mann! Wie weit waren wir denn? Tische, Stühle, ja da oben muss ich doch auch noch weitermachen. Ja gut, jetzt haben wir Winzens Holz. Dann können wir auf 1, 2, 3. Ihr verorscht mich doch. 1, 2, 3. Hier muss man schnell reagieren, damit man Kohle kriegt. Zack, meins. Du kannst mich mal da draußen. Zack, hoch, zack, rüber. Achso, housing, siehst du. Dann können wir dir doch jetzt... Na gut, du kannst da drüben bleiben oder auch hier hin, genau. Dann haben wir so erstmal die neuen alle auf einer Seite. Gehst du da hin? Holz hab ich mir gesichert, pack mal runter zum Stein. G-Shift. Ne, 7, 750. Das lohnt sich doch. Na, pack mal die auf die 8. Schau. Den Tisch hier hin. Den Tisch da hin. Den Tisch da hin. Den Tisch dann hier hin. Ne, nicht gleich ein Eingang. Da zieht's. Achso, das geht ja sowieso erstmal nicht. Hat ich da auch da, was heißt. Und dann platatatatatatatat… doch. Pack ich hier hin. Sonst habe ich hier das Zeugs immerzu in die Handm eggsst in der Manchin war. Und muss dann noch hier oben noch eins drauf machen. Ja, muss man sowieso. Zwischenwann. So rum. Und so rum. Ne, das wollte ich runterbringen. Und dann würde ich allgemein hier wo und hier gucken. Ach, Quatsch. Es gibt eine richtige Pumpkinrüstung. Kann nicht platziert werden. Das ist auch cool. So, aber jetzt noch. Da kriegst du schon wieder ein zu viel, wenn ich das alles sehe. Nein. Holzstuhl, Holztisch. Halt mal. Holzzaun würde ich nicht. Bodenhelm haben wir. Brusthammer. Füßehammer. Holzschwert braucht man nicht. Holzhammer habe ich geholt. Ist schon wieder dort ein Fisch. Holzbogen. Hm. Erstmal nicht. Pumpkin, Pumpkin. Pumpkinlamp. Achso, ja. Pumpkinlampe sozusagen. Nö. Laterne will ich auch nicht. In den Jackalier-Town hinein. Die Kerze auch nicht. Was ist denn das? Jackalier? Kerzen. Katzenleuchter oder was? Was ist denn da unten? Noch ein Fischi. Oh, ey. Drei Abwehr. Die Brustplatte. Was? Man hat eins Abwehr. Zwei Abwehr. Eins Abwehr. Das ist doch albern. Muss man ja wenigstens mal nutzen. Likens. Ach, für das andere reicht es jetzt nicht mehr. In den Ofen. Den bauen wir auch noch. Ach, und da reicht so ein Stein nicht mehr. Da war doch drunter noch irgendwas vorher. Gut, dann gehen wir nochmal kurz raus. Auf der Suche nach Pumpkins. Das nehmen wir gleich mit. Das nehmen wir mit. Ich hätte die Pumpkins aufheben sollen. Ja, vielleicht finde ich ja noch welche. Zack, zack, zack. Na, mal klar. Aber dort hat es ja vorhin schon geguckt, ne? So, dich haben wir so. Zack, zack. Und da war doch schon den ersten. Und zack, watsch. Da haben wir den nächsten. Sprung. Gib mal her. Zügig. Es wird Nacht. Ich kann mir hier noch einen mitnehmen. Jetzt wird es. Ich wünsche ich so aus der Luft. Ich so. Den nehmen wir noch mit. Und den zügigst zurück. Ich bin schwarzer. Hm. Ja. Gibt's? Jetzt aber. Lauf, lauf. Hoshi, Hoshi. Lauf, lauf. Zurück. Tü, 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 tü. Angetäuscht. Kurzum, du bist schneller wie ich. Ja, gebe ich's. Ah, siehste. Da war einer. Große Fresse. Lauf! Zack. Dann haben wir das wieder in Sicherheit gebracht. Ich könnte es doch nur einmal drücken. Dich kann ich verkaufen. Dich Goldfisch kann ich verkaufen. Den Ofen können wir setzen. Zwar hier vorne gleich zum Lagerfeuer, aber hier geht es nicht. Hier geht es. Und dann gucken wir hier. Rostplatte. Herstellen. Dann können wir nämlich hier auch Tünnbar. Ja, was ist da passiert? Hier haben wir nämlich auch... Tunksten. Ah. Das habe ich nicht gewusst. Dann muss ich ja dann hier... Dreck hinbauen. Das war eins zu viel. Kann ich Türen nicht unterwegs bauen? Nein, kann ich nicht. Dazu muss ich hier stehen. Ja, wir sind ja nicht blöd, ne? Dann können wir ja... uns einpassen. Eine Tür. Hier hin. Siehste? Zack, 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 zack. Hier hin. Da muss ich nur dran denken, dass ich die auch geschlossen halte. Ja, ich weiß. Du magst nicht ganz... Was ist denn das? Was war das? Nicht ist. Was war das? Da war es schon wieder kaputt. Habe ich jetzt eigentlich alles verballert? Nein. Wir wollten das ausziehen. Gegen das. Das gegen das. Ach ne, gegen das. Anders geht es ja nicht. Schwach. Gegen das. Set Bonus. 10% Increased Damage. Ja, aber trotzdem. Die haben 2, 3 sind 5, sind 7. Und hier habe ich ja gerade mal einen 4er Set Bonus gekriegt. Und das war ja wirklich minimal. 1 Abwehr, gar nichts. 1 Abwehr sind 6. Höh. Du Hintz-Buni. Fessel. Die konnte man doch auch zu irgendwas noch zusammenbasteln. Das will ich mal wieder angucken. Auf jeden Fall können wir das Zeugs alles erstmal verkaufen. Naja, sieht ganz toll aus, der Kleine. Ganz toll. Was ihr aus mir wieder macht hier. Kein Wert. Ist egal. So, das kannst du verkaufen. Den trägern wir mal hier hin, dass wir den mit haben. Holzhammer mit. Blankenhammer den noch da. Den Ohren. Eins übrig. Kupfererzhammer da. War das nicht entweder Kupfer oder Tin? Hä? 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 Kannst du hier mal was anderes bauen? Am Ofen kümmern wir dann Pumpkin Pie. Oh lecker, 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 lecker. Was macht der Ofen? Aha. Grauen Ziegel, Kupferziegel, Tinbrick. Nein. Äh, Werkbank. Pumpkin Wolf Bench. Nein. Wir können ja erstmal die Kupferbombe bauen. Wenn sie mir das aussieht, kann ich jetzt hier draus noch nichts zimmern. Was brauchst du denn für so ein Hötzschwert? Sieben Holz. Aber für die anderen Sachen brauche ich anscheinend noch mehr Barren. Na gut. Die Barren sind das Wichtigste mit. Hier habe ich ja Allmaking Scheiße. Kann ich doch die Barren nicht noch mit reinschmeißen. Nein, kann ich nicht. Dann packen wir die hier mit rein. Dann nehme ich aber auch die Kohle und packe die hier mit rein. Verstehst du, dass ich die ganzen, ganz wichtigen Sachen habe. Und habe die dort drüben. Jetzt mal bitte nicht drauf gehen dabei. Scroll hier runter. Mach mal ein Gold. Nein. Das. Mach mal in Silber. Dann kann man das schön wieder runterstecken. Und dann packst du das mal da hin. Das mal da hin. Das mal da hin. Und bitte das da hin. Und ihr seid leise nach draußen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir alles vorbereitet. Inventar ist aufgeräumt für die nächste Runde unten hier weiter hacken. Denn aus dem Augenwinkel sehe ich auch schon wieder. Aber wir sind über die 20 Minuten. Die Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für eure Geduld. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge wieder zu meinem, unserem Let's Play Terraria. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.